Musik 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 Weiß jemand, woher der Name rum war? Der hat's erfunden? Nein, die waren das nicht, das waren die Engländer, die haben das erfunden, wahrscheinlich auch Barbados hat man den ersten rum gemacht. Da sind wahrscheinlich auch Getränke bei entstanden, weil man hat den Zuckerrohr direkt saft draußen rausgestellt oder die Milasse rausgestellt und dann unter der Sonne. Musik Guantanamera, ay, salabagira, Guantanamera, 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 guantanamera. Tiene leopardo un abrigo, Guantanamera, en su monte seco y pardo, Guantanamera. Tiene leopardo un abrigo, Guantanamera, en su monte seco y pardo, Guantanamera. Tengo más que leopardo, porque tengo un buen amigo y celo. Recuerda, posible pecho, no problema. ¿Viste? La señorita Daudir, especialista. Guantanamera, 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 guantanamera. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero. Cultivo una rosa blanca. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre pasó. Con sus canciones que he sentido, muy bonito a la ley de la ley. Me voy al transportador, para cargar la carreta. 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 la carreta, la carreta. Me voy al transportador, para cargar la carreta. Wir werden morgen früh ein bisschen die Stadt zu Fuß erkunden und die längeren Strecken werden wir dann den Fahrradtags zurücknehmen. Wir werden morgen früh ein bisschen weiterentwickeln. Das war's für mich, aber das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020